Durch frostige Gefilde und immer seltsamere Gebiete führt die Reise in Last Epoch. Während wir in Skyrim noch einmal zurück in die Ausgrabungsstätte müssen und hier erwartet uns ein Blutbad. In Entschrouded versuche ich die Rohstoffprobleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Um einen gemeinen Dieb, der im Schutz der Nacht zuschlägt, müssen wir uns in Dragon's Dogma Dark Arisen kümmern. Und täglich grüßt das Murmeltier. Machen wir in Persona 4 Golden etwa die gleichen Fehler? Eine schockierende Stimmung herrscht in der nächsten Batman Arkham Asylum Folge und schockiert sind auch die Geiseln. Außerdem gibt es natürlich wieder den täglichen Booster auf meinem Kanal sowie ein neues Sammelkarten-Spezial am Wochenende. Ich hoffe, die Inhalte gefallen euch und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal.